Ich fand es auf jeden Fall interessant mal bei dem großen Unternehmen auf jeden Fall so eine Exkursion mitzumachen. Ich erwarte mir eigentlich, dass ich einfach noch mehr Einsicht in diese ganze Verpackungswert bekomme und wurde jetzt am ersten Tag eigentlich auch schon ganz gut erfüllt. Es war gut, dass man mal einen Überblick über alles bekommen hat, über den grünen Punkt, über das duale System, jetzt hier im speziellen Nestlitz, Maggi-Werk und auch im Anschluss die Führung. Man hat sehr viel mitgenommen, es wurde sehr viel erzählt und deswegen kann man nur umso mehr vom nächsten Tag morgen erwarten.